Willkommen zu einer neuen podcast folge hier bei uns im projekt wir bauen einen zoo und wir sind jetzt hier dabei Und haben wir gucken uns jetzt erstmal ein bisschen rum wir haben jetzt hier unsere kür die haben wir schon ready was geht unsere kleinküchen und hier unsere 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 Hühnerfarm und wir haben den steg schon so ein bisschen gebaut wo dann die gäste ankommen für unseren zoom mit der brücke hier mit dabei Die werden wir auf jeden fall noch ausbauen ob wir das heute machen wissen wir nicht genau ich überlege ob wir heute noch mal kurz Wenn ich das schon so sagen dann kann es ja eigentlich nur schief gehen ob wir heute noch mal kurz Ins villagerdorf gehen einfach mal gucken wie die lage dort ist So haben wir genug eisen wir haben genug snacks sie haben alles parat Haben wir unsere notfallkiste hier ist unsere notfallkiste die haben wir auch noch Eigentlich sind wir sehr gut aufgestellt Ich mache mir vielleicht noch eine steinachse einfach um was dazu haben Na ich weiß ja nicht was wir vorhaben im villagerdorf aber wir gehen erst mal gucken und danach gucken wir auch dass wir hier Bisschen weiter den steg abbauen und Ja noch ein paar kühe oder sowas zusammen snacken Zusammenfinden Wir haben ja auch schon jetzt hier Wir haben ja auch schon jetzt hier Eisen spitzhacke Auch ganz sicher damit wir Ich glaube wir gehen mal da lang die koordinaten ja auf Wo ist der zettel jetzt hier es war im urlaub hat jetzt keine ahnung wo der zettel ist Aber wir kennen ja ungefähr den weg sage ich jetzt der warte wo kommen wir an leute ich will es gar nicht wissen ich will es gar nicht wissen wo wir ankommen jetzt Was irgendwo hinter dem berg da vielleicht ich überlege Ich glaube es ist dort hinten gewesen wir gehen mal über diesen berg Wir haben genug snacks dabei wo geht eigentlich wir können brot direkt schnell machen Mit weizen das ist ganz gut das heißt wir haben genug vorräte dabei und wir können jetzt erstmal gucken Bild ist auch pariert wie sieht rüstung aus hellen fehlt und so das können wir auch noch gleich machen wir hatten ja genug eisen an der stelle Rüber und dann müsste es eigentlich schon Ange sträucher aber ist ein berg nach dem Das sind eigentlich berg ziehen aber hier gibt es keine berg ziehen Aber noch sind wir ganz entspannt wir kommen nach hause Wie geht es Und will ich ja dorf was geht bei euch Und durch Ganz Ich 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 Wir haben Fert gefunden Möhren eigentlich Wir haben keine Möhren Ja Ja ich glaube hier ist Nee Villagerdorf war hier waren auch schon Krass ich habe eine krasse abkürzung gefunden Uh Guck mal da ist es schon Yeah 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 We are in the villagerdorf now Boah alt habe ich das gehört Leute Holy shit habe ich alles abgebaut die armen Was geht Fischi alles gut Geben die eigentlich Sushi I don't know Maybe we need to figure it out Yeah gut englisch Was geht man alles gut Das Dorf sieht so tot aus Auch noch mit Mit dem ganzen abgebauten jetzt Holy shit habe ich das verwüstet hier Hier ist einfach nicht Gehen wir nochmal kurz umgucken Aber dann gehen wir wieder zurück Vielleicht geben wir hier auch Holzhacken Nur das Ding ist Ich würde auch gerne irgendwie Gleich zurück Ich habe das Gefühl Dass es gleich wieder dunkel wird Wir kein Bett haben Also vielleicht eine Weltreise jetzt gerade nicht angehen Dahinten ist auch anderes Holz Das brauchen wir gar nicht Wir werden jetzt hier keine Keine Whisky Sachen machen Wir müssten nach hause Müssen wir noch den Weg nach hause finden Oh was haben wir hier angepflanzt Ja egal gebe ich euch hier Mach was draus Ja du schlappst das schon Da unten war ja der Tod Wir zehnmal unten waren Nichts gefunden haben Ich glaube wir haben das mal irgendwann hier gelassen Um falls wir sterben noch Sachen zu haben So Gucken wir mal Gucken wir mal Wir gehen wieder nach hause Aber wir können hier Weil das ist doch das Holz Was wir brauchen oder? Auf jeden fall wenn man es klein macht So orangen Das hier vielleicht Für Holz Wir gehen erstmal home und dann Wir müssen wir über diesen Berg da hinten Weil ich merke schon Leute It's gonna be night soon You know You know You know Wir wollen nicht in der Nacht Leute In der Nacht hier im Dunkeln Wir wissen alle Dias denkt sich mit chillt Easy going Kann der alles fighten Und dann fällt er in ein Loch No 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 We don't do this We happen this once and we don't want this again Was wir gleich vielleicht noch machen wollen Ist einem Ist einem Ein Zaun Um unseren Um unseren Zoo Und dann schön beleuchten Dass wir da auch Dass wir da auch Dass wir da auch Fackeln setzen Und sowas Dass wir da auch Saver sind Dass wir das dann hier da ready haben Weil Ihr wisst alle Wenn die Gegner kommen Unsere Kühe haben Angst Sie produzieren keine Milch mehr Das ist ganz ganz schlimm für die Deswegen Also ich habe keine Angst Die Gegner können gerne alle kommen Hat man ja gesehen In den vorherigen Folgen Dass ich alles kaputt mache Was dir in den Weg kommt Und ich keine Angst vor gar nichts habe Ähm Aber meine Kühe Die haben halt ein bisschen Angst dann ne Dann halt aber auch logisch ne Ey ich hoffe ich bin jetzt einfach nur über den Berg gegangen ne Irgendwo hier muss doch unser Zuhause sein Hier ist mal eine Woche im Urlaub Und schon bleibt ja keine Ahnung mehr wo was ist Aua Ja ja ich weiß wir sind fast zuhause Made it So guck mal Ich habe recht gehabt das ist ein anderes Baum Aber wir müssen Das ist schon abgeholt Jetzt haben wir das schon ähm Genutzt Wir müssen mal gucken ob wir vielleicht noch neue Bäume anfangen Wir brauchen das Arkan Ja Aua Ah Nein der hilft Der macht die Natur schön und so Es tut mir leid Ich wollte ihn eigentlich angreifen aber nein Wir sind ein friedliches Waldvolk Was zusammen mit den Waldbewohnern arbeitet Machen keinen Stress Ganz ganz friedlich sind Ganz ganz friedlich sind So Ich habe irgendwie steht das Gefühl So Ok Ich glaube wir machen jetzt noch hier Was können wir noch holen Und noch den Baum mit Und dann gehen wir aber auch wirklich Obwohl das kann ich Ey die hast du seine Farben schwächen ne Einfach blind der Junge Wir sind Sonnenuntergang Ist man schon im Mond wahrscheinlich oft an So Wir haben doch jetzt hier zwei Bäume So Pflanzen wir euch mal wieder an Wir haben doch hier bestimmt Vielleicht finden wir auch Bäume Ja guck mal Anpflanzen Ja es ist ein richtiger Waldmensch Aus ein Zwei Bäume Zerstört Der baut er wieder vier andere Ganz ehrlich Das ist Evolution 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 Mit Ananander Bauen So Abgebaut werden Und damit kann man die kaputt machen Ein Ok Leute Ich hab genau gesehen wie der zombie da gespawnt ist Deswegen Hauen wir jetzt hier ab Ah ne ne Wir gehen ab nach hause Leute Wir gehen nach hause To be safe In my home town Home town boy I'm going home to the door We are sleeping Wir sind ganz nervös Ich weiß Und Leute Damit beenden wir auch die Folge Ich hoffe es hat euch gefallen Falls ja Lasst gerne abo und ein like da Kuss geht raus Und bis zur nächsten Folge Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal